Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu einem neuen Infovideo zu Imperator Rom und diesmal soll es um Pops gehen, um die Bevölkerung in den einzelnen Städten. Dazu ist ein Entwicklertagebuch erschienen, was ein paar schon bekannte Sachen erläutert, aber auch ein paar interessante neue Sachen, die durchaus diskussionswürdig sind. Aber lasst uns mal vorne anfangen und erklären, wie genau das funktioniert. Also erstmal Pops sind eine klar definierte, abgeschlossene Bevölkerungseinheit. Das ist nicht ein Mensch, sondern eine gewisse Gruppe, keine Ahnung, 10.000, 100.000, was auch immer man sich da denken will, die durch eben gleiche Eigenschaften definiert sind. Wir kennen das Konzept aus Viktoria, aus Stellaris und so auch aus dem Vorgänger Europa Universales Rom und so wird es hier auch stattfinden. An diesem Beispiel haben wir jetzt Neapolis angeklickt und Neapolis hat insgesamt 15 Pops, das sehen wir hier, die sich in verschiedene Typen aufteilen. Wenn ihr das hier zusammenrechnet, kommt ihr auf 15. Was gibt es für Pops, Poptypen? Es gibt Bürger, wobei der Name missverständlich ist. Eigentlich meinen sie im römischen Sinne zum Beispiel die Patrizia, in den Monarchien meinen sie damit den Adel. Sie nennen es trotzdem Bürger. Warum? Ist ein bisschen unklar. Johan hat beantwortet, ja, weil es bei EU-Horum auch Bürger hieß, was ich eine ziemlich bescheuerte Antwort finde. Aber gut, vielleicht ändern sie das noch. Ist ein bisschen verwirrt. Also eigentlich meint das die Patrizia. Dann haben wir die freien Männer. Wir haben Stammesangehörige und wir haben Sklaven. Was die jeweils für eine Bedeutung haben, was die bringen, dazu später. Erstmal nochmal zum Grundsatz. Jeder Pop, also jeder einzelne Pop, nicht die Klasse, sondern wirklich jeder einzelne von diesen Vieren zum Beispiel, definiert sich durch eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Religion und eine gemeinsame Zufriedenheit. Das bedeutet, dass es innerhalb einer Klasse auch unterschiedliche Religionen und Kulturen geben kann. Also am Beispiel hier, es kann also, sagen wir mal, von diesen sechs freien Männern können drei Pops samnitisch-hellenisch sein, zwei können römisch-römisch sein und einer kann samnitisch-römisch sein. Also das ist möglich. Das heißt, es wird Minderheiten geben in diesem Spiel und das ist durchaus was Neues. Das gab es bisher nicht bei EU-Rom im Vorgänger und insofern eine Erhöhung der Komplexität, weil mit Sicherheit mit Minderheiten, da können andere interessante Spielmechaniken verbunden sein. So, wie funktioniert das jetzt mit der Zufriedenheit? Also die Zufriedenheit ist wohl im hohen Maße abhängig von Kultur und Religion und der Frage, ob man zur Mehrheitskultur und Mehrheitsreligion einer Stadt, einer Provinz, eines Staates, da habe ich jetzt mal Fragezeichen dran gehört. Also wie das Verhältnis jetzt ist, ob es relevant ist, dass man Teil der Mehrheitskultur der Stadt ist oder Teil der Mehrheitskultur der gesamten Provinz oder Teil der Mehrheitskultur des Staates ist, wie da die einzelnen Sachen einfließen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wurde auch nicht gesagt, auf jeden Fall ist das der wesentliche Punkt. Also Leute, die sich als Teil der Mehrheitskultur empfinden, sind zufrieden. Leute, die nicht Teil der Mehrheitskultur und Mehrheitsreligion sind, das meine ich jetzt immer gleichwertig, die sind eher unzufrieden. Man kann dagegen wirken über Ideen, über Erfindungen, über Handelsgüter. Aber dennoch, das ist der Kernpunkt der Unzufriedenheit. Was bringt Zufriedenheit, Unzufriedenheit? Zufriedenheit bringt erhöhte Produktivität. Also die Effekte der Pops, zu denen ich gleich komme, sind höher, wenn sie zufrieden sind. Und niedrige Zufriedenheit bringt Unruhe in die Stadt, vermutlich hier durch diesen Wert repräsentiert. Ja, das ist ein Konzept, das kennen wir zum Beispiel auch aus Stellaris, ist quasi 1 zu 1 dort ebenso. Okay, jetzt nochmal zu den einzelnen Typen und was sie bringen. Die Patrizia bringen Forschung und Einkommen. Eine spezielle Form des Einkommens, das wurde auch nicht näher erläutert. Sie haben Unterscheiden zwischen Steuereinkommen und Commerce Einkommen. Was das genau, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich vermute, dass das aber eher ein geringerer Faktor sein wird, diese Art des Einkommens. Wichtig sind die, und das war auch schon im Vorgänger so, wichtig sind die für die Forschung. Die freien Männer bringen die Manpower rein. Die sehen wir hier oben als Gesamtwert. Das ist für die entscheidend. Die Stammesleute bringen ganz wenig Manpower und ganz wenig Steuereinkommen. Und die Sklaven, die bringen vor allem Steuereinkommen. Und erfahrungsgemäß sind die auch der wichtigste Faktor für das Steuereinkommen, für die wirtschaftliche Prosperität einer Stadt. Gut, jetzt zur Frage, wie man möchte natürlich dann immer mehr Pops haben, weil das grundsätzlich gut ist, mehr Bevölkerung zu haben. Wie wächst so ein Pop? Wir sehen halt hier an dem kleinen Plus, dass derzeit gerade ein neuer Pop entsteht unter den freien Männern. Und das ist schon das erste Konzept. Es kann immer nur ein Pop gewissermaßen wachsen. Das war auch im alten Spiel meines Wissens anders. Da gab es, glaube ich, allgemeine Wachstumsprozesse. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Auf jeden Fall hier ein Pop nach dem anderen. So, was gibt es da für Modifikatoren? Da gibt es einen zweiten Screen, der uns gezeigt wurde. Und am Beispiel der Syracuser Bürger. Ihr seht hier oben jetzt das Plus bei den Patrizien, Klammern Bürgern, die dem hellenischen Glauben folgen. So, und die haben jetzt einen monatlichen Wachstumsfaktor von 0,42 Prozent. Und der setzt sich aus folgenden Faktoren zusammen. Es gibt einen Basiswert, also ein gewisses Wachstum gibt es immer. Dann gibt es einen Negativ-Modifikator. Offenbar spielt also die Beschaffenheit der Stadt eine Rolle. Im Wald ist scheinbar das Wachstum begrenzt. Ich denke mal, auf Ebenen ist es erhöht. In Sümpfen ist es stark begrenzt. Wüsten und so weiter, das ist alles sicher nicht wachstumsfördernd. Das spielt eine Rolle. Dann, wie gut versorgt ist die Provinz mit bestimmten Handelsgütern? Getreide und Fisch spielen hier eine Rolle in diesem Fall. Und der Zivilisationswert. Zivilisationswert. Jede Provinz hat einen Zivilisationswert. Hier haben wir einen von 61. Ich vermute also, das ist der halbe Zivilisationswert der Provinz, der hier eine Rolle spielt. Und die schon vorhandene Größe der Stadtbevölkerung. Das ist insofern wichtig. Ansonsten gäbe es immer ein gleichmäßiges Wachstum und die Städte könnten unendlich wachsen. Hier ist es so, dass große Städte dadurch tendenziell langsamer wachsen, bis sie vielleicht sogar irgendwann einen Wachstumsstopp erreichen müssen, weil sie dann zu groß werden. Das zu den Wachstumsfaktoren. So, wenn jetzt, wir sehen, das steigt, also tickt jeden Monat hoch. Wenn 100% erreicht sind, dann wächst dieser Pop und es gibt dann einen weiteren syrakusischen Bürger mit hellenischem Glauben. Das gleiche kann natürlich auch andersrum passieren, dass der Pop schrumpft. Da würde ja ein Minus erscheinen, wenn die Werte eben entsprechend negativ sind. Und dann, auch hier würde es dann auf minus 100% irgendwie runter ticken und dann würde ein Pop verschwinden. Was man natürlich nicht möchte, aber man hat dann Zeit entgegenzuwirken. Okay, es gibt aber noch andere Arten, wie man wachsen kann, also wie man mehr Pops bekommen kann. Das eine ist, man wird im Krieg Städte plündern. Dort wird man dann Sklaven erhalten und diese Sklaven werden verschickt in die Hauptstadt des Reiches oder in die Provinzhauptstädte. Und dementsprechend kommen sie dann hier als Pops an und erhöhen damit ziemlich direkt den Nahrungsquatsch, die Produktivität bzw. die Steuereinnahmen. Das ist ja das, was Sklaven machen. Okay, der zweite Punkt ist, wenn man jetzt erobert, dann erobert man natürlich nicht nur die Strukturen, sondern auch die Bevölkerung mit und dadurch wächst man ja auch im Reich sozusagen an Bevölkerung. Aber das ist nicht ganz so einfach, denn es erfolgt im Zuge der Eroberung eine Degradierung der Bevölkerung. Aus den Patriziern werden freie Männer, aus den freien Männern werden Sklaven. Die Sklaven bleiben Sklaven. So, das ist ein interessantes Konzept, dazu kommen wir gleich nochmal. Jetzt ist es so, wenn man jetzt aber Einfluss nehmen möchte, man möchte jetzt eben Patrizier haben, mehr Patrizier als man besitzt und man möchte mehr freie Männer haben als man besitzt, dann kann man darauf Einfluss nehmen, indem man Pops befördert. So, Beförderung kostet Macht. Das Erfolg passiert nicht automatisch, sondern manuell durch den Spieler. Und je nachdem, von welchem Punkt aus man befördert, unterschiedliche Art von Macht. Sklaven und Stämme zu freien Männern kostet im Moment 10 religiöse Macht und freie Männern zu Bürgern kostet 10 Redekunst, also politische Machtpunkte. Dazu muss man sagen, dieses ganze Konzept macht deutlich, dass es hier nicht nur, dass auf diesem Bildschirm stattfinden kann, sondern dass es noch einen weiteren Bildschirm geben muss, wo man eben die Pops managt einer Stadt. Vielleicht, indem man hier auf einen Pop draufdrückt, könnte ich vermuten. Also so, wie es jetzt geht, geht es nicht, weil die ja hier nur klassenweise angezeigt werden. Ja, was man auch noch selbst verändern kann, ist die Religion einer Pop. Die kann man nämlich auch per Religionsmachtpunkte konvertieren zur Staatsreligion hin. Was nicht geht, ist eine Kulturkonversion, was ich sehr gut finde. Das ist ein Konzept, was ich ja sowieso problematisch finde bei Europa und Digitalis. Das haben sie hier nicht eingeführt. Und als Zusatzinformation kam noch, dass man Pops zwischen den Städten bewegen kann. Gut, das sind jetzt die bekannten Fakten. Jetzt lasst uns mal kurz die Sachen so ein bisschen interpretieren. Was bedeutet das denn eigentlich fürs Gameplay? Wo sind die strategischen Entscheidungen? Wo sind die Vor- und Nachteile des Systems? Also was kann man eigentlich tun und was muss man bedenken? Als erstes ist interessant, wenn man erobert, das Konzept der Degradierung. Das heißt, wenn man viel erobert, hat man erstmal keine Patrizier in den Städten. Die bringen aber die Forschungspunkte. Und da ich fest davon ausgehe, dass sie es so wie immer machen, dass die Forschung mit der Größe des Reiches skaliert. Also die nötigen Forschungspunkte, die man aufbringen muss, um eine Forschung freizuschalten, erhöht sich in der Regel bei Paradox Spielen mit der Größe des Reiches. Wenn man aber dann jetzt erobert und zwar größer wird, das heißt, es wird teurer, irgendwas zu erforschen, aber man hat nicht die Forschungspunkte, ist das ein Problem. Das kennen wir auch aus anderen Spielen. Das wird auf diese Art und Weise durch die Pops reguliert. Ganz klar. Das heißt, man hat dann aber durchaus ein Interesse, möglichst bald hier in den Orten dann auch die Patrizier irgendwie aufzuwerten oder erstmal überhaupt zu bekommen. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Das heißt, man muss durchaus überlegen, wie weit will man expandieren, ohne seine Forschung zu vernachlässigen. Riesenreiche könnten dadurch also forschungsschwach sein. Das ist historisch zwar irgendwie ziemlich unlogisch und unglaubwürdig, aber das ist so eine Gamedesign-Entscheidung, um das zu balancieren, dass es nicht so einen Schneeball-Effekt gibt, wenn man größer wird, dass man dann auch immer so automatisch gleich viel, viel mächtiger wird. Dass man auch mit einem kleinen Reich zumindest in bestimmten Punkten mithalten kann. So, das Nächste ist, man muss ständig abwägen zwischen Forschung, Geld und Manpower. Das finde ich ganz interessant. Dadurch, dass es halt hier diese direkte Anbindung an die Pops gibt und man die auch promoten kann, muss man halt, kann man theoretisch ständig seinen Manpower-Pool reduzieren zugunsten seines Forschung-Pools. Ob man auch Pops degradieren kann, was das bedeutet von den Kosten her, ob das zu Unruhe führt, weiß ich nicht, haben sie nicht gesagt. Im alten Teil war das meines Wissens möglich, aber also wobei man da sagen muss, da funktionierte das ohne Einfluss des Spielers langsam, kontinuierlich. Man konnte da aber ein bisschen durch ein paar Maßnahmen eingreifen. Wie auch immer, also das heißt, man muss ständig das abwägen, was will man eigentlich haben. Geld, Forschung, Manpower, man kann nicht alles auf Maximum haben. Das ist durchaus ein interessantes Konzept. Und das Dritte ist, wenn man viel Krieg führt, dann bekommt man viele Sklaven. Das ist an sich erstmal gut, aber so wie ich das in Erinnerung habe, je mehr Sklaven man in einer Stadt hat, die kam ja in der Regel auch in eine andere Kultur. Das wiederum führt halt zu höherer Unruhe und das führt dann tatsächlich also auch zu Problemen mit den Sklaven, zu möglichen Sklavenaufständen, wenn man einfach zu viele Sklaven an einem Ort hat. Und das passiert ziemlich schnell, wenn man eben viel Krieg führt. Das ist auch eine interessante Abwägungsfrage, die das spannend machen kann. Jetzt habe ich allerdings auch ein paar Probleme und Kritikpunkte oder Sachen, wo ich Sorgen habe, wie das genau eigentlich funktionieren soll. Das erste ist, das scheint mir ein hart Micromanagement lastiges Ding zu sein. Ich kann mir das ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Ich habe ja das letzte Mal erklärt, wie viele Städte in so einer Provinz sind, irgendwie 10 bis 14 oder so. Das heißt, wir haben 10 Mal verschiedene Pops, die wir dann alle manuell aufwerten können. Also da müssen Sie schon ein sehr, sehr kluges System ausdenken, wo man das vom Interface her sehr, sehr einfach und pauschal irgendwie machen kann. Aber ansonsten in jede Stadt zu klicken und in jede Pop dann zu klicken und dann Upgrades zu machen, das wäre ein ziemlich nerviges System. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Das ist das eine. Achso, da kommt ja noch hinzu die Bewegung der Pops, die man zwischen den Städten unternehmen kann. Da hoffe ich, dass es auch mit irgendwelchen Kosten und Nachteilen verbunden ist. Weil ansonsten kann man ja unendlich hin und her schieben und überlegen und feintunen. Das erhöht das Micromanagement noch mehr. Und das Zweite ist, was mir nicht gefällt, ist, dass man jetzt also auch die Religion einfach per Klick durch Ausgabe von Machtpunkten verändern kann. Ich bin da bei solchen Sachen wirklich, es ist einfach gut, Sie sagen, Sie haben so eine Game-Philosophie. Wenn das Spiel etwas macht, dann soll er auch sofort die Auswirkungen haben. Aber das haut mich persönlich doch irgendwie aus der Immersion raus, dass man mit einem Schnips irgendwie 10.000 Leuten sagen kann, was sie zu glauben haben. Also ich finde zumindest das System bei Europa Universale ist deutlich besser, wo man Missionare irgendwo hinschicken muss. Und das dauert dann teilweise sehr lange, die Konvertierung, auch je nach Fähigkeit der eigenen Nation, das zu tun und je nach lokaler Besonderheit. Und vor allem in dieser Zeit, wo das erfolgt, in dieser Umbruchszeit, ist eine sehr, sehr erhöhte Rebellions- und Unruhechance. Das finde ich doch viel, viel besser, das System, als das mit einem Klick zu machen. Tja, mal sehen. Also da würde ich doch lieber für das andere System hoffen und plädieren. Sie versuchen jetzt immer mehr Spielmechaniken an diese Machtpunkte anzubinden, weil Johann zumindest sehr, sehr überzeugt von dem Konzept ist, was auch ziemlich gut ist, glaube ich, im Grundsatz. Aber auch sehr abstrakt, muss man mal sagen. Also ein Missionar, der irgendwo steht und der ein, zwei Jahre zu tun hat, das wirkt irgendwie lebendiger, authentischer und nachvollziehbar. Man kann sich jetzt genau vorstellen, was da vielleicht los ist in der Provinz. Viel mehr, als wenn man irgendwie einen Klick macht und dann ist eben die Religion gewechselt bei einem Pop. Gut, das sind so die Sachen. Ich glaube, ähnlich ist auch die Benennung, aber das ist eher ja nur eine wirkliche Benennungsfrage. Ähnliches wird auch im Moment heiß im Forum diskutiert. Ja, bin mal gespannt, was sich da noch tun wird. Aber man kann schon sagen, auf jeden Fall haben sie Elemente hinzugefügt, die die Sache komplexer machen als bisher. Das ist auf jeden Fall ein erfreulicher Punkt. Soweit zu diesem Infovideo, soweit zu den Pops. Bis dann, macht's gut, euer Steinwald. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut.